Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Wir haben heute endlich das Review zu dem neuen Nachfolger vom Z218, dem Kristallkopf von Amy. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Review. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, damit kommen wir zum Review von dem neuen Glasi-Set. Es gab ja sehr, sehr viele Fans von dem Z218, aber er hatte so manche kleine Schwächen, die dem einen oder anderen nicht gefallen haben. Wir testen heute auf jeden Fall den Nachfolger, den Kristallkopf. Das Teilkopf, woher der Name kommt, seht ihr gleich noch in den Aufnahmen. Und ja, wir gehen auf jeden Fall als erstes mal auf die Verpackung ein. Das Ganze kommt in einer extrem gut gepolsterten Pappverpackung, die aber für eine Kopfverpackung, finde ich, relativ schön aussieht. Also ihr habt so eine schwarze Verpackung und der Kopf liegt auf jeden Fall sehr, sehr gut gepolstert da drin und da kann auf jeden Fall nichts schief gehen. Da sollte aber auch nichts schief gehen beim Transport, denn das Ganze kostet 45 Euro, was auf jeden Fall ein kranker Preis ist. Der einzige Kopf, den ich kenne, der noch teurer ist, ist der Kasa 2 oder der Kasa 1. Bei 45 Euro muss das Ding auf jeden Fall einiges leisten. Für die 45 Euro bekommt ihr aber auch trotzdem noch einiges. Also ihr bekommt nicht nur den Kopf selber, sondern auch direkt eine Silikondichtung, die eigentlich auf jeden Fall verpassen sollte. Haben wir aber leider eher die andere Erfahrung gemacht. Also sowohl bei der Shishaya als auch bei der Clyde oder auch bei der Skyline hat es nicht drauf gepasst. Was ich ein bisschen schade finde, dann müsst ihr halt noch eine Dichtung finden, die wirklich mit dem Kopf, mit dem Silikonaufsatz irgendwie in Verbindung kommt, weil das Problem war. Wir hatten drei Dichtungen jetzt probiert, davon hat aber wirklich nur eine gepasst. Deshalb macht es ein bisschen schwierig, dass die wirklich fest auf der Pfeife steht. Und im Lieferumfang noch weiter drin ist auf jeden Fall die Smokebox. Kommen wir zu der Verarbeitung des Kopfes. Die ist auf jeden Fall sehr schön. Es hat so eine Optik wie ein Kristallglas. Aber Achtung, es ist kein Kristallglas, es ist einfach nur pures, gewöhnliches Glas. Die Wand, also die Wandstärke des Kopfes ist auf jeden Fall ziemlich dick. Also es sind so roundabout vielleicht mehr als ein Zentimeter. An manchen Stellen ein bisschen weniger, aber an manchen Stellen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Das Logo, das ist so ein kleiner Kritikpunkt, den ich direkt von vorne sagen muss. Was zur Hölle soll er da drauf? Also ich finde es nicht schön. Ich meine, ich weiß, dass er von Amy ist, aber irgendwie macht er so die Optik des Kopfes leicht kaputt. Und ja, es gibt auch eine Neuerung. Die Smokebox, die hat jetzt so kleine runden Noppen unten. Aber sie ist irgendwie viel dünner geworden. Also man merkt es auch am Gewicht, es ist irgendwie so ein bisschen leichter geworden. Ich weiß nicht, ob die Verarbeitung schlechter ist oder vielleicht auch irgendwie, die sich gedacht haben, so läuft es auf jeden Fall viel besser oder so. Weiß ich nicht, ist aber auf jeden Fall ein merkbarer Unterschied. Wenn man die beiden mal in der Hand hat, merkt man auf jeden Fall, ja, ist es auf jeden Fall leichter geworden. Das mit den Dichtungen und mit der Wanddicke von der Smokebox finde ich auf jeden Fall auch ein bisschen schade. Die Smokebox wirkt dadurch auf jeden Fall ein bisschen weniger wertig. Das Logo finde ich auch absolut nicht schön. Das passt auf jeden Fall nicht zu dem sonst eigentlich ziemlich schönen Kopf. Und damit kommen wir auch zur Optik, weil die gefällt uns auf jeden Fall mega gut. Abgesehen vom Logo, die das Ganze so ein kleines bisschen kaputt macht. Ich meine so, jeder weiß, diese Kristallköpfe und die Glasköpfe sind meistens von Amy. Hätte man jetzt nicht einfach nur mal in diesem komischen Schriftzug Amy in schwarz draufschreiben müssen. Wirkt dann irgendwie ein bisschen billig, was eigentlich schade ist, weil der Kopf wirkt ansonsten richtig, richtig edel. Diese Kristalloptik sieht einfach mega gut aus. Das Gewicht wirkt super wertig. Ja, dieses geschliffene Glas in Kristalloptik ist einfach ein mega Hingucker. Und dann ist da so ein komisches Logo drauf. Also ich glaube, da könnt ihr Amy doch nochmal den ein oder anderen Euro investieren, um einen schöneren Schriftzug zu entwickeln. Der gefällt uns auf jeden Fall nicht so gut. Aber Kopf einfach umdrehen, dann sieht man das Logo nicht, sondern einfach nur einen verdammt schönen Kristallkopf. So, wir zeigen euch gerade noch den Vergleich, wie der Kopf so von den Proportionen her zu anderen Köpfen abschneidet. Und bauen dann schnell ein Köpfchen, beziehungsweise die Vergangenheitsaufnahmen von dem Kopfbau. Und dann sehen wir uns gleich hier beim Rauchen wieder mit unserem Fazit und wie das Ganze dann auch funktioniert. Also wie ihr gerade gesehen habt, die Proportion des Kopfes zu anderen Köpfen sieht auf jeden Fall relativ groß aus. Ich will jetzt nicht sagen klobig, weil eigentlich ist es ein sehr, sehr schönes Design und es gefällt mir ziemlich gut. Aber es ist auf jeden Fall deutlich größer. Aber es ist halt einfach trotzdem passend. Also es passt wirklich zu dieser Kristalloptik und so weiter. Von daher gar kein Problem. Die Frage ist, bei so einem Kopf, wie viel Kohlen tue ich da jetzt wirklich rein? Wir rauchen meistens eigentlich immer mit 3,26er Black Cocos One Nation. Und es läuft eigentlich ziemlich gut. Also wenn ihr wirklich Bock habt, ja ich will jetzt ein bisschen mehr Hitze geben, weil der Tabak nicht ganz so gut raucht, dann tun wir einfach oben noch die Kappe oben drauf. Aber ansonsten, wenn ihr dann auch merkt, so ja gut, jetzt war es wieder viel zu viel mit Hitze, ja dann tun wir die halt wieder runter. Muss aber auch tatsächlich sagen, dass wir nie weniger als 3 Kohlen rauchen. Also es kommt bei uns nie der Fall, wo wir sagen so, hm, jetzt müsste eigentlich eine Kohle runter und dann rauchen wir nur noch mit 2. Das ist uns jetzt eigentlich noch nie passiert. Das Einzige, was wir halt nutzen, ist einfach nur noch diese Kappe einmal oben drauf oder abnehmen oder sowas. Von daher ziemlich einfach und ja, die Kohlen könnte man eventuell drinnen ein bisschen drehen oder abklopfen, aber selbst das machen wir nicht, weil die einfach, die gehen nicht aus oder sowas. Also von daher Hitze-Management auf jeden Fall top. Was man da noch dazu sagen muss, ist auf jeden Fall, dass wir beim Anmachen die Smokebox noch kurz mit auf die Kohlen legen. Solltet ihr das nicht machen, also man muss es nicht machen, man kann auch einfach die Kohlen reinlegen, das Ganze auf den Kopf packen, aber dann solltet ihr mal so gute 5 Minuten warten, bevor ihr anfangt zu ziehen, weil das ganze Metall und der Kopf müssen sich erstmal erhitzen. Ansonsten müsst ihr da echt verdammt lange anrauchen. Deswegen einfach kurz Kohle rein und auf den Kohleanzünder oder das Ding auf die Kohle, auf dem Kohleanzünder und dann einfach kurz warten, Kohle reinpacken drauf und dann kann man sofort losrauchen. So, noch ein paar Besonderheiten von dem Kopf bzw. auch Unterschiede zum Z218. Als erstes natürlich die unglaublich schöne Optik, wieder mit dem kleinen Sternchen, abgesehen von dem Logo. Aber der Kopf sieht einfach insgesamt trotzdem ziemlich, ziemlich schön aus, macht auf jeden Fall was her, wirkt extrem wertig und sieht einfach eine ganze Ecke geiler aus als der alte Z218. Wie ihr vorhin schon gesehen habt, das muss auch ein bisschen weniger Tabak rein als in den Z218. In den Z218 kann man, wenn man so baut wie wir, also wir drücken da ganz gerne mal ein bisschen an, kann man in den Z218 auch 30 Gramm reinkriegen, wenn man sich ein bisschen anstrengt, was auf jeden Fall schon ziemlich heftig ist. Das Tabakdepot bei dem Kopf ist auf jeden Fall ein bisschen kleiner. Was natürlich auch noch cool ist, was man auf jeden Fall dazu sagen sollte, bei den 45 Euro bekommt man ja wie gesagt auch noch eine Smokebox, das ist eine relativ große Smokebox, in die drei Kohlen reinpassen, die ihr natürlich auch für andere Köpfe benutzen könnt. Was auch ein kleines Problem war beim Z218, dadurch, dass das Glasstück unten, das dann in dem Silikon sitzt, relativ lang war, ist das bei dem einen oder anderen mal abgebrochen, bei dem Versuch das Ganze dann wieder auseinander zu kriegen. Deswegen haben die das jetzt einfach ein kleines bisschen gekürzt und dann sollte das auf jeden Fall nicht mehr passieren. Beim Z218, als auch bei dem neuen Klasi-Set mit dem Kristallkopf, ist noch zu sagen, eigentlich braucht man keine Dichtung, weil das Silikonstück unten schon die Dichtung sein soll. Wenn ihr aber einen relativ schmalen oder einen etwas schmaleren Kopfadapter an eurer Shisha haben solltet, als das so im Schnitt der Fall ist, habt ihr vielleicht dasselbe Problem, über das wir vorhin schon gesprochen haben, und man braucht trotzdem noch eine Dichtung. Sollte euch das Glas dennoch mal kaputt gehen, könnt ihr das Glasstück, also wirklich nur den Glaspart, auch nachkaufen. Das Ganze kostet dann trotzdem nochmal 19 Euro, was aber bei dem Gesamtpreis, wenn man die Smokebox und das Silikonstück abzieht, eigentlich ein ganz fairer Preis ist. Kommen wir zum Rauchverhalten des Kopfes und ich muss sagen, da bin ich eigentlich ziemlich begeistert. Also es ist eigentlich so, als würdet ihr gar keinen Kopf drauf haben. Also man merkt nicht wirklich einen Durchzugsunterschied. Auch der Rauch selber entwickelt sich ziemlich gut, also vom Hitzemanagement ist es einfach perfekt. Also ihr habt nie irgendwie das Problem, dass zu wenig Hitze da ist, weil ansonsten tut ihr einfach die Kappe drauf und dann läuft es wieder. Von daher Rauchverhalten top, mir gefällt es, der Durchzug ist super und ich kann mich da einfach gar nicht beschweren. Ja, also Durchzugsverlust habt ihr definitiv nicht, das läuft auf jeden Fall alles super. Aber der Kopf ist relativ einfach zu bauen, ihr habt keine Probleme von wegen sauber machen. Er geht deutlich besser sauber als der Z218, was ich auf jeden Fall auch ziemlich, ziemlich gut finde. Weil beim Z218 musste man teilweise schon echt wirklich heftig schrubben, dass da mal die Reste abgehen. Bei dem funktioniert das irgendwie besser. Ich weiß nicht, ob die da was in der Glasmischung doch geändert haben, statt nur die Dicke. Funktioniert auf jeden Fall besser, habe ich so das Gefühl. Das ist auf jeden Fall ziemlich nice und allgemein ja auch mit dem Hitzemanagement haben wir eigentlich nie Probleme. Wenn es da mal zu wenig wird, Kappe drauf, wie vorhin schon gesagt hat. Das funktioniert auf jeden Fall meistens ziemlich, ziemlich gut. Ja, unser Köpfchen ist schon ein bisschen an und neigt sich langsam dem Ende zu. Deswegen kommen wir jetzt auch mal zu dem Fazit. Was halten wir von dem Kopf und wie sehen wir das Preis-Leistungs-Verhältnis? Also, erstmal ungeachtet vom Preis, der Kopf ist wirklich verdammt gut. Also er sieht mega schön aus, bis auf das kleine Logo, das man aber verkraften kann, weil der Rest einfach super schön ist. Er funktioniert super, er ist einfach zu bauen und von daher auf jeden Fall ein ziemlich geiler Kopf. Aber er kostet auch 45 Euro, was eine krasse Hausnummer ist. Ich meine ganz ehrlich, nicht mehr viel Geld drauflegen und man kriegt schon eine kleine Pfeife, die man mit an See nehmen kann. Oder anders gesagt, eine Oduman Mikro und Co. Könnt ihr davon schon längst kaufen. Deswegen muss der Kopf auch eigentlich verdammt geil sein, um seine 45 Euro halt auch irgendwie zu rechtfertigen. Tut er das? Ich finde schon. Also es ist auf jeden Fall ein verdammt guter Kopf. Würde ich dafür 45 Euro ausgeben? Ich glaube schon. Weil er sieht einfach verdammt gut aus. Es passt ordentlich Tabak rein. Man kann ihn auch gut mal, wenn ein paar Leute an einer Pfeife rauchen und man kann ihn auch sehr, sehr lange rauchen. Gerade wenn man irgendwie nochmal Kohle nachlegen will oder so. Geht das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und deswegen würde ich sagen, er ist seine 45 Euro wert. Es würde mir trotzdem wehtun, die auszugeben. Aber würde der kaputt gehen, was ich nicht hoffe und nicht denke, weil er doch sehr massiv ist, würde ich mir wahrscheinlich einen neuen kaufen. Ja, bei mir ist es eigentlich ziemlich ähnlich. Also gut, bei mir war es so, ich hatte zum Beispiel den Z218 meistens eher nur irgendwie mal von dir geliehen oder sowas. Da ich halt dann keinen Glaskopf zu Hause hatte, würde ich die 45 Euro definitiv investieren. Weil ich finde, es ist einfach ein sehr schöner Kopf. Lässt direkt irgendwie eine Pfeife auch irgendwie ein bisschen wertiger wirken. Also das Gesamtbild. Gefällt mir ziemlich gut. Auch vom Rauchverhalten kann ich überhaupt nicht meckern. Also es ist eigentlich so einfach und simpel, da drinnen einen gescheiten Kopf zu bauen. Wenn man so ein paar kleine Finessen beachtet. Man kann es auch einfach übertreiben und einfach sagen, ja ich rauche jetzt mega im Overpack und packe da mega viel Tabak rein und der läuft trotzdem super. Da gibt es eigentlich niemals irgendein Problemchen oder so. Von daher 45 Euro für einen Kopf, der eigentlich meiner Meinung nach immer perfekt läuft, ist es eigentlich gerechtfertigt. Ihr kriegt auch was richtig Schönes, Massives. Ich meine, gerade die Optik ist halt so ein richtig großer Pluspunkt bei dem Kopf. Weil ich meine, andere Köpfe sehen halt aus wie so andere Köpfe. Das ist ein Stück Ton so. Ja eben. Und bei dem ist es halt mal so was Schöneres, was Wertigeres. Gefällt mir ziemlich gut. Und es gibt eigentlich keinen großen Punkt, wo ich sage, ich würde darüber meckern. Es gibt so zwei kleinere Punkte, wo ich sage, ja gut, das mit der Dichtung funktioniert nicht ganz so gut. Jedenfalls bei uns. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Zuschauern läuft und die den schon zu Hause haben. Und vielleicht habt ihr auch eine andere Pfeife und die Kopfadapter laufen irgendwie besser, sind ein bisschen dicker. Bei uns jedenfalls mussten wir dann mit der Dichtung ein bisschen arbeiten. Aber ansonsten, bis auf noch das Logo, ist der Kopf eigentlich wunderschön und tut genau das, was er soll. Von daher 45 Euro von mir auf jeden Fall gerechtfertigt und würde ich mir auf jeden Fall holen. Wie gesagt, ich würde mir den, glaube ich, auch wiederholen, wenn der kaputt gehen sollte. Wir haben beide einen daheim und wir sind beide ziemlich zufrieden. An der Stelle nochmal vielen Dank an Amy für das Bereitstellen von dem Kopf. Das war sehr, sehr lieb, dass wir das Ganze testen konnten. Und ja, wenn ihr den Kopf schon daheim habt, lasst uns gerne mal eure Meinung da. Vielleicht noch ein kleines abschließendes Kommentar. Wenn ihr einen Z218 habt, braucht ihr den, glaube ich, nicht. Also ihr spart ein bisschen Tabak, ihr sieht ein bisschen besser aus. Ich bin sehr froh, dass ich ihn habe, weil mein Z218 leider kaputt gegangen ist. Da ist im Sommer ist der Sonnenschirm umgefallen. Der hat die Pfeife umgehauen. Der Kopf ist einmal quer über den Hof geflogen und dann auf den Betonboden geklatscht und kaputt gegangen. Überraschung, Beton schlägt Glas. Ich würde sogar behaupten, da würde auch der kaputt gehen, weil der wurde schon ziemlich gut umgenockt. Aber ja, wenn ihr den Kopf haben solltet, lasst gerne mal eure Meinung unten in den Kommentaren da. Das soll es zu unserem ausführlichen Review zu dem neuen Glasi-Set von Amy gewesen sein. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wie immer, Leute, gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Dann sehen wir uns im nächsten Review wieder. Bis dahin macht es gut, eure Shisha-WG. Ciao. Ciao. Untertitelung. BR 2018